Das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni. Rund 84.000 Helferinnen und Helfer kämpfen gegen die Wassermassen und verlieren nicht selten. Auch die Donau stark betroffen. Am Kloster Weltenburg sieht es so aus. Bis zu den Fensterbänken steht das Wasser. Nur mit Glück entgeht Bayerns wohl ältestes Kloster der Katastrophe. Jetzt erinnert bei schönstem Wetter nur noch die Hochwassermarke an der Mauer an die Wassermassen. Fürs nächste Hochwasser will die Staatsregierung gewappnet sein. Schon an Bord der MS Kehlheim läutet Kapitän Söder die letzte Sitzung des Kabinetts im Kloster vor der Sommerpause ein. Noch einmal will die Staatsregierung nicht baden gehen. Deshalb gibt es nochmal 130 Millionen Euro für Hochwasserschutz, aber nur bayerisches Geld. Der Bund zahlt genau null Euro. Wir empfinden es als Skandal. Es wurden Versprechen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Ein klarer Wortbruch. Wir fordern die Bundesregierung auf, jetzt ihren Beitrag zu den Hilfen zu leisten. Und auch wenn es etwas länger dauert, die Flutpolder entlang der Donau für Extremhochwasser werden auf jeden Fall gebaut. Wir halten als Staatsregierung natürlich an diesem 2021 beschlossenen Konzept fest. Das heißt auch alle Polter, die wir damals beschlossen haben, sind im Umsetzungsverfahren. Bis alle Donaupolder fertig sind, wird freilich noch viel Wasser die Donau runterfließen.